Hallo, ich bin's wieder, die Betty. Ich bin hier gerade an einem wunderschönen Ort, das ist eigentlich oberhalb eines Steinbruches. Ich finde das hier so faszinierend, weil hier gar nichts passiert, wie einfach brach gelegt. Und jedes Mal, wenn ich hier so laufe und meine Heilpflanzen hier einsammle, fällt mir immer wieder auf, wow, da ist wieder eine neue. Also weil hier wächst wirklich alles, also Schotter, Steine und dann auch wiederum die Weide. Was die Weide ist ja bekannt für, dass irgendwo Wasseradern sind und dass sie ziemlich viel Wasser zieht. Warum ich aber hier bin, ist, ich möchte euch den Honigklee vorstellen, eigentlich Steinglee. Und wenn ihr seht, der Boden hier ist wirklich sehr karg und das ist jetzt auch der Melilotus Alba, das ist der weiße Steinglee. Ich persönlich, ich sammle immer den, also Honigklee auch genannt, ich sammle immer den gelben. Den finde ich hier oben jetzt aber nicht, ein Stück weiter unten wächst, ich zeige es euch nachher noch. Deswegen, nicht desto trotz, kann ich trotzdem die Heilwirkung euch erzählen. Also Steinglee ist eigentlich von allen bekannten Kräuterkundigen, von Künzel über Paracelsus, über die Hildegard von Bingen, einer der Heilpflanzen, die entzündungswidrig und gegen Geschwüre und Verrunkel dargelegt wird. Also sie wurde früher immer als Kissen, als Auflage, wohlbemerkt, ein Kissen, wenn ich sage ein Kissen, ist es getrockneter Honigklee, klein gemacht, in einen Lein- oder Baumwollkisselein genäht, auch als Schlafkissen genannt, da komme ich aber gleich dazu. Und dann heiß gemacht, also heiß gemacht in Form von, ob man es über ein Dampfbad legt oder in den Kachelofen mal kurz, also oben, nicht unten rein legt. Und dann eine Auflage macht. Also wichtig ist, dass die Auflage dann nochmal mit einem Wollschal oder irgendwas anderen abgedeckt wird, damit es schön warm bleibt und lange einwirken kann. Weil die Heilwirkung von dem Honigklee ist eigentlich, dass es wirklich verhärtete Sachen, also Verrunkel, Geschwüre, Quetschungen, Prellungen, den Vorgang des Ausleiten der Giftstoffe, was da auch immer drin sein mag, unterstützt. Das ist wahrscheinlich daher gegeben, weil es lymphanregend ist. Also die Lymphe wird mit dem Honigklee sowohl innerlich als auch äußerlich angeregt. Deswegen auch dieses Auflegen, Verrunkel, das geht dann ziemlich schnell. Es gab früher in den Apotheken auch Honig, also Honigklee-Pflaster. Die gibt es aber leider nicht mehr und man konnte auch den Honigklee noch kaufen. Mittlerweile muss man schon wirklich suchen und mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass es gewisse Sachen, bevor ich die suche und weiß nicht, ob ich manchmal so ein Stroh bekomme, sage ich jetzt ganz ehrlich, pflücke ich es mir selber und lasse es trocknen. Das Faszinierende an dem Honigklee, also wohlbemerkt der Gelbe, ist, wenn ich den trockne, dann pflücke ich den an den so schönen Tag wie heute, an einem luftigen, schönen Tag und hänge den auf in dünnen Strängen, also an einem trockenen, schönen Ort. Nicht in der Sonne und auch nicht im feuchten Keller, sondern meistens ist es der Speicher oder der Vorraum vom Speicher. Also es ist jedes Mal faszinierend, wenn ich hochkomme und den Honigklee rieche. Der riecht so lieblich, der riecht, man kann es gar nicht beschreiben, man muss es selber irgendwie, ja man muss es einfach riechen. Und er riecht lieblich, er riecht ein bisschen nach Honig, er riecht nach Frische, er riecht nach Sommer, er riecht nach, ich weiß nicht, nach Baby. Jeder sagt anders, wie er riecht, aber er riecht wirklich intensiv und es gibt auch so dieses Bewertete, dass er siebenmal am Tag seinen Duft ausströmt, ganz intensiv. Witzig, wenn ich ihn ernte, riecht er gar nicht so. Wenn ich ihn aufhänge, also in dem Zustand, wo er trocknet, riecht er viel intensiver. Wie ihr seht, also es ist eine Kleeart, mittlerweile auch in so Bienenmischungen, die man bekommt. Ich habe die mal ausprobiert und bei mir gestreut, da habe ich gemerkt, wow, kommt auch Honigkleelein, kommt. Also wie ihr auch seht, sind die Bienen hier sehr zu Gange. Deswegen wahrscheinlich auch jede kleine Blüte hat einen Großteil an Nektar. Ich versuche euch gerade mal die Bienen hier mit ihren vollen Beinchen, wo sie den Pollen hat, zu filmen. Es ist heute ein windiger Tag. Der Honigklee ist auch wirklich sehr gut gegen Augenleiden oder Augenerkrankungen als Auflage, als Teeauflage, als reinen Tee im abgekühlten Zustand. Auch oder als Kissenchen drauf machen, aber aufs Augenlid. Oder mit dem Augenglas, das kriegt man in der Apotheke, Waschungen zu machen. Also ich habe das selber ausprobiert. Und es ist sehr gut. Ich trinke ihn auch sehr gerne. Man sollte ihn halt nicht zu viel und nicht zu oft trinken, weil der hohe Gehalt an Kummerin, den den Waldmeister auch hat. Also bis zu vier Wochen kann ich ihn locker trinken, dann mal wieder absetzen, dann mal wieder trinken. Also ich liebe den Tee auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so ein bisschen seinen Körper kennt, sagt er auch, heute keine Lust mehr. So ging es mir zum Beispiel mit dem Thymian, wo ich gesagt habe, nee, heute ist man nicht nach Thymian. Schaut mal, das ist hier alles, also wie gesagt, das ist ein Steinbruch. Das ist jetzt hier alles Honigklee. Der weiße ist mir aufgefallen, oder vielleicht liegt es auch am Standort. Der wird bis zu zwei Meter hoch. Also er kann mich locker übertrumpfen. Der gelbe muss ich sagen, ein Meter bis ein Meter fünfzig. Also ihr seht auch, hier wachsen ganz andere tolle Pflanzen. Hier wieder mal das Johanniskraut. Also der Honigklee hat auch von der Mythologie, ist er der Weiblichkeit, der Schönheit, der Reinheit zugeordnet. Also der Kummeringehalt, ja, von Honigklee, vom Alba, so wie auch den Offizionalist, also der gelbe, ist gleich. Der Duft oder die Flavanoide sind im Gelben höher. Also Flavanoide sind ja auch immer diese Stoffe, die uns innerlich schützen, die Elastität unserer Venen und alles, was irgendwie mit Elastität zu tun haben muss, unterstützt. Also die Mythologie, Entschuldigung, ich springe manchmal von A nach B, aber egal, ist er der Frau zugeordnet. Also auch wieder der Venus, ja. Die alten Germanen oder auch die, ich sag jetzt mal, im alten, antiken Griechenland wurden sogar die neuen Musen, also dem Honigklee geweiht. Oder umgekehrt, die Musen wurden dem Honigklee gegeben, also als untergeordnet. Also die neuen Musen waren ja die Göttinnen der Wissenschaft und der Künste, also die Tochter von, wer war das nochmal, Jupiter und, hm, Jupiter und seine Frau müssen, oh, wenn ich das wüsste, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Naja, ist ja auch egal. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ah, Minosüme, Mensch, Entschuldigung. Also Jupiter und Minosüme, die neuen Töchter, die neuen Göttinnen der Künste und der Wissenschaft, wurde der Honigklee geerbt. So, also, das waren die alte, antike Griechenlande. Die treffen sich ja auch immer wieder. Im, ähm, im keltischen, im alten germanischen, ja, wurde sie der Ostaria, also der Göttin des Osten zugeordnet. Das waren auch, die Frauen hatten früher immer, die machten sich zur blöden Zeit immer einen Honigklee-Kranz, den ließen sie trocknen und wir warfen ihn dann ins Osterfeuer rein. Die Begrüßung des Lichts, dafür steht der Honig nämlich, der Honigklee, auch das Licht. Also man sagt, für die Psyche, ja, ist der dunkle Gedanken vertreibend, ähm, liebliche Gedanken hervorholen, in einem Zustand des, das, ich sag jetzt einfach mal, der Ausgelassenheit, der Gelassenheit, der Ausgeglichenheit. Also wer, jeder, jeder, der den Honigklee mal getrocknet hat, der, also, der muss sich einfach sagen, wow, also das ist ein wahnsinniger Duft. Also ich persönlich, ich hänge den eigentlich auch gerne in die Küche, ein kleines Beutelchen. Ähm, wenn ich dann heimkomme, muss ich immer sagen, wow, manchmal rieche ich es intensiv und manchmal rieche ich es gar nicht. Ich denke, das hängt mit dem sieben, siebenmal den Duft, äh, herauslassen. Also erntet ich euch den Honigklee, hängt ein bisschen auf, macht euch Duftkissenchen für das Bett, vielleicht noch mit Zitronenmelisse und Rose rein, bringt schöne Träume hervor. Also erntet ich euch den Honigklee, mit Zitronenmelisse und Zitronenmelisse und Zitronenmelisse.